Und in unserem Tagesgespräch, da begrüße ich jetzt in Potsdam Matthias Platzeck, er ist jetzt Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums. Herr Platzeck, 77 Prozent, das ist mehr als alle gedacht haben. Wie bewerten Sie das russische Wahlergebnis? Grüß Sie, guten Morgen. Also mich wundert das ehrlich gesagt nicht, wenn man sich öfter in Russland aufhält, mit den Menschen redet. Übrigens auch mit unterschiedlichen, also was politische Ausrichtung geht, durchaus unterschiedlichen Gesprächspartnern. Dann spürte man, dass das in etwa ein solcher Wahlsieg werden würde. Gerade in den letzten Monaten ist das deutlich geworden. Und ich glaube, wir wären gut beraten und wir sind gut beraten, wenn wir dieses Votum auch ernst nehmen. Frau Baltes, ich will das mit einem kurzen Beispiel nur illustrieren. Bei einer Diskussion in einer Stadt im Süden Russlands hat mir eine ältere Dame nach der Debatte gesagt, bitte ändert an einem Punkt etwas eure Einschätzung. Ich gucke natürlich das russische Fernsehen, keine Frage, aber ich informiere mich auch sehr intensiv im Internet, bilde mir eine eigene Meinung, bin keine Putinistin und werde ihn trotzdem wählen, weil er nach meiner Einschätzung der Beste ist in dieser Situation für unser Land. Und respektiert das bitte, dass ich dieses tue. Und ich glaube, bei mir hat das nachhaltigen Eindruck hinterlassen, diese Sätze dieser klugen alten Dame. Und das sollten wir vielleicht auch mit in unser politisches Kalkül einbeziehen. Nun geht es im Land aber ja eigentlich innenpolitisch, sage ich mal wirtschaftlich vor allem nicht gut. Erklären Sie uns, warum die Leute trotzdem denken, wie diese alte Dame, die Sie gerade zitiert haben. Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Wenn wir daran denken, vor einigen Jahren, als noch Barack Obama Präsident der USA war, hat er den Satz geprägt, ihr Russen seid doch nur noch eine Regionalmacht. Ich habe damals schon gesagt, das ist für russisches Politik und Selbstverständnis ein kapitaler Fehler gewesen. Von diesem Satz werden wir noch hören. Und vieles von dem, was dann passiert ist, hatte ja unter anderem auch zum Ziel, Russlands Stellung als eine relevante Macht auf dieser Welt wieder zu festigen. Denn wir haben unterschätzt, was die 90er Jahre hinterlassen haben. Das war nicht nur der Zerfall der Sowjetunion, sondern diesem Land ist auch ein großes Stück seiner Identität als Supermacht komplett verloren gegangen. Man wusste nicht mehr, wer ist man noch, wir werden nicht mehr beachtet, keiner rechnet mehr mit uns. Und das ist gesellschaftspsychologisch wichtiger, gerade für das weltgrößte Land. Das dürfen wir nie vergessen. Das ist Russland ja bis heute über elf Zeitzonen. Und da hat Putin sehr viel wiederhergestellt nach diesem Identitätsverlust. Und das danken ihm querbeet unzählige Russen. Und das trägt mit dazu bei, dass sie auch andere Dinge, Erschwernisse des Alltages, keine gute Situation, was die wirtschaftliche Frage angeht, das wird dann erst mal hintangestellt, weil sie sagen, er hat uns diesen gewissen Stolz wiedergegeben. Und das zählt in Russland mehr als in unserer doch eher nüchternen Gegend, was so Politikrezeption angeht. Nun durfte Herr Nawalny ja nicht mitmachen bei der Wahl, mal salopp formuliert. Hätte das was geändert? Hätte Herr Nawalny viel Zustimmung bekommen? Also nach allen Daten und Zahlen, die mir zugänglich sind in den letzten Wochen, je nach Meinungsforschungsinstitut und je nach Soziologen, wurde Alexej Nawalny für den Fall, dass er zugelassen worden wäre, gehandelt bei Werten zwischen zwei und sechs Prozent. Und ich glaube, das sagt schon sehr viel. Es ist im Moment einfach eine Pro-Putin-Stimmung von Wladivostok bis nach Smolensk. Das kann man überall spüren, wo man ist. Und dagegen wäre auch kein Kraut gewachsen. Ich nehme an, dass wir jetzt in den nächsten Jahren eine andere Schwerpunktsetzung in der Politik der russischen Regierung wahrnehmen werden. Denn es gibt einen Bestandteil dieses Präsidentschaftswahlergebnisses, was man doch sehr aufmerksam auch beobachten muss. Der Zweitstärkste ist ja keiner geworden, sage ich mal, aus dem liberalen Lager, auch nicht Xenia Sopcac, sondern der Zweitstärkste mit deutlich über zehn Prozent ist der kommunistische Kandidat Pavel Krodinin geworden. Und der hat sehr akzentuiert auf soziale Fragestellungen gesetzt. Und ich glaube, das muss im Kreml auch sehr deutlich jetzt wahrgenommen werden. Denn wenn man reinschaut, wo waren soziale Proteste, wo hat es Unruhe gegeben in der Gesellschaft, dann waren das die Bereiche des Gesundheits- und Sozialwesens, dann waren das die Bereiche des Bildungs- und Hochschulwesens und auch die leider nach wie vor krasierende Korruption. Das sind alles Themenfelder, deren sich jetzt dringend der neue Präsident und die wahrscheinlich demnächst neu formierte Regierung annehmen muss. Denn eins steht ja bisher doch relativ fest. In sechs Jahren ist diese Legislatur für den Präsidenten vorbei. Ich nehme an, dass er weiter in Russland dann auch die Jahre danach verbringen will, dort leben will. Und dann muss er bei diesen Feldern dringend nachlegen, wenn das eine geordnete Übergabe geben soll, die wenig explosives Material, sage ich jetzt mal, enthalten soll. Ich muss Sie natürlich zum Ende nochmal zum Fall Skripal befragen. Es hatte einen Brief gegeben an Moskau, der Franzosen, der Deutschen, der Briten und auch von Präsident Trump, in dem aufgefordert wird zur Aufklärung. Die Russen sagen, sie waren es definitiv nicht. Das hat Putin gestern Abend nochmal bestätigt. Wie umgehen mit diesem Fall? Also zum einen, ich hätte mir auch gewünscht, dass die Russen vom ersten Tag an deutlich transparenter und kooperativer sind. Aber Frau Baltes, was mich am meisten beschwert bei der Herangehensweise von unserer Seite an diesen schwierigen Fall ist, wir haben bewährte Grundsätze in unserem Rechtssystem. Und zu diesen bewährten Grundsätzen gehört, dass man erst die Beweise sammelt, das ganze Bild erstellt, dann sich den Verdächtigen widmet und dann Handlungen daraus schlussfolgert. Wir haben das ganze Ding auf den Kopf gestellt. Wir erfahren heute, dass die Chemiewaffenkontrollkommission jetzt mit den Untersuchungen beginnt und sagt, sie braucht ungefähr 14 Tage, bis sie die ersten belastbaren Ergebnisse hat. Wir haben aber längst den Verdächtigen schon ausgemacht, die Handlungen und Schlussfolgerungen eingeleitet. Also etwas salopp gesagt, wir haben den Verdächtigen erschossen und sagen danach, wir gucken jetzt mal genau, ob er auch schuld war. Und ich finde, dass wir die Dinge so auf den Kopf stellen, das nutzt weder dem Verhältnis untereinander, aber auch dem eigenen Verständnis nicht. Stellen Sie sich nur mal vor, nach allem, was jetzt stattgefunden hat, würde die Kommission, nichts ist auszuschließen, ich weiß es auch nicht, zu dem Ergebnis kommen, die Spuren zeigen woanders hin. Das wäre aus meiner Sicht auch ein Schaden für unsere Demokratie. Und ich finde, so sollte man nicht herangehen an solche komplexen Fälle. Matthias Platzeck, herzlichen Dank nach Potsdam. Danke Ihnen auch.